hallo leute und willkommen zu einem neuen let's play von minecraft hexelt so ehrlich gesagt das letzte ist schon einiges her ich weiß nicht mehr so ganz genau was wir machen wollten aber ich glaube wir wollten zu den damen ok die ganzen dungeons können noch ein bisschen warten die diamanten im moment wichtiger was unser bett ach so hier ach diamanten so das finde ich mal gut so jetzt hat er mir was dann gehen wir mal pennen und danach versuchen wir mal den ersten dungeon so jetzt sind wir schön wach so jetzt auf zum dungeon also ja hierzu da vorne ist ein amadillo so hm da hinten soll ein dungeon sein ja dann dampen wir hier mal schneller runter wir hätten noch was Eisen gefunden aber Eisen brauchen wir ja nicht so jetzt geht es mal weiter ich höre schon wieder so fucking zombies so mal gold na der weg ist so weit was war das was ist das für ein Geräusch Alter ach so das war zum schwein jetzt gehen wir mal weiter ja war zum schwein sei ruhig es mag dich keiner du bist hässlich krass jetzt haben wir so ein dungeon gefunden wenn wir hier die perfekte gehen für dungeons gefunden wo oh fuck ja wow kommt der E-Walker kommt der nein nicht treffen ey fuck mich mal nicht ab alter fuck mich mal nicht ab fuck mich mal nicht ab alter verpiss dich fuck mich mal nicht ab stirb du scheiß Walker stirb doch stirb stirb was haben wir hier schon oh wir haben zweimal wasseressenz bekommen scheiß Walker sterben wir beinahe so also gehen wir weiter oder gehen wir nicht weiter das ist jetzt die Frage oder machen wir jetzt mal hier die Dungeons die kleinen hier ich glaube das wäre auch besser wenn wir wirklich erstmal die kleinen Dungeons machen das ist auch so ein schöner Tor ich schaue mich trotzdem wie kommen wir in diesen Dungeon hier rein hier ist kein Eingang aber unter mir wow 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 ey wo ist mein Schirt hin wie sieht mein Schirt da nein wow wow nein nein scheiße oh nein man ey was ist das für ein Sch- boah nee ne ne alter abfuck ne ne will er mich jetzt verarschen alter abfuck kipp mich da ein war mob So ein verfickter Worm-Up killt er mich da einfach Nein man, der ist davon Worm-Up gekillt Hoffentlich krieg ich meine Sachen noch Scheiße, nein wie asozial ist das denn? So ein beschissener Worm-Up killt er mich Alter Was war das für ein beschissener Worm-Up? Kann er mich teleportieren und dabei killen? Klaue ich mir mal die Sachen Und versuche irgendwie hochzukommen Ah krass bin ich oben Ah toll Ich bin arm ich habe keine Schuhe Aber jetzt habe ich Ende Augen Eine Schaltplatte Und ein Hawkshot Hm Ah Spiderman-like Oh Wow. Wow, ein Praktiksunter. Wow. Hier ist ein Portal drin. Ich bin mir beinahe reingegangen. Perfekt. Oh, diese sind hier so viele Warzenschweine. Aber wir haben schon mal einen Dungeon gefunden. Und irgendwie ein Fehler. Hm, egal. Komm mir unbeschadet einfach hier rüber. Oh, das ist irgendwie ein kleiner Fehler des Bions. Oh, schade. Oder im Lenschen, die jemanden übersenkt. Praktiksunter. Oh, das ist irgendwie... Vielen Dank. Irgendwie hat es diesmal nicht so gut gehabt, geht es weiter. Und schon wieder nichts. Jetzt aber. Also da ist es nicht fähig. Auch. So was ist sehr praktisch. Also da ist es nicht fähig. So. Da und da ist so einer dieser Golems. Hm. Fail. Pull the fail. So. 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 das ist jetzt richtig mies gelaufen so jetzt haben wir das Eisenschwert machen wir jetzt noch mal einen Helm dann futtern wir noch was und wo ist mein Schwert denn? ah toll dann schauen wir uns mal um die Sachen sind jetzt sowieso despawnt würden wir auch nicht mehr schaffen zu bekommen deswegen ja egal einfach mal los scheißen ja 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 ich mag einfach dieses Geräusch was sie hier in Minecraft machen mag ich einfach nicht ja das ist irgendwie so ekelhaft ah ja wir haben Diamanten gefunden wofür ich jetzt keine Spitzhacke habe aber wir haben ein Schloss im Himmel gefunden so weiter laufen und so weiter schwimmen knapp egal das ist eine schöne Kulisse also Leute das ist jetzt das Ende des Videos wenn euch das Video gefallen hat gibt mir einen Daumen hoch und lasst Kommentare da und wenn nicht ja dann bewertet es halt nicht auf jeden Fall ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal